Menschen, dich hasse. Willkommen zurück zum Burnbook. Heute mit Adrian vom Crush zum größten Feind. Ich war in der Schule und er ist als neuer Schüler in die Klasse dazugekommen, erst später. Ich war instant Crush. Er sah gut aus und er war sportlich. Die beste Kombination. Wir waren ein Jahr zusammen in der Klasse und ich hab immer so ein bisschen heimlich gecrushed, aber ich hab nie was gesagt. Aber dann einmal wir hatten Gruppenarbeit im Geschichtsunterricht und jetzt kommt's. Auf seinem Heft war ein Bild von einer Fußballspielerin und die hatte halt stärkere Armhaare. Dieser Vollidiot hat sich 30 Minuten darüber lustig gemacht, dass dieses Mädchen stärkere Armhaare hat. Da fand ich ihn schon ekelhaft, aber dann sagt er zu mir, du hast ja auch voll die ekligen Armhaare. Da war bei mir vorbei, ich war so pisst. Dann wollte er bei mir noch die Hausaufgaben abschreiben. Ich hab ihm auch die Hausaufgaben gegeben, aber die falschen mit den falschen Lösungen, die er ihm vorgelesen hat und sich blamiert hat.